Nächster Halt, München-Ost. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr und zu allen S-Bahn-Linien. Nächster Halt, Holzkirchen. Umstieg Richtung Rosenheim, Bayerischzell, Lenkries und Tegernsee. Verehrte Fahrgäste, unsere S-Bahn endet dort. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit der S-Bahn München. Auf Wiedersehen. Nächster Halt, Holzkirchen. Change here are for regional services to Rosenheim, Bayerischzell, Lenkries und Tegernsee. This train terminates here. All change please. Thank you for using the Munich S-Bahn. Nach Landshut Hauptbahnhof. Nächste Station Freising. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr und zur S-Bahn-Linie S1. Liebe Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Freising. In Freising haben Sie folgende Anschlüsse. RE3 nach Passau Hauptbahnhof über Landshut Hauptbahnhof um 14.50 Uhr von Gleis 4 am gleichen Bahnsteig. RE99-210 nach Passau Hauptbahnhof über Moosburg. Planmäßige Abfahrt 14.43 Uhr. Heute voraussichtlich um 14.58 Uhr von Gleis 4 am gleichen Bahnsteig. Bus e.V. nach München Flughafen Terminal über München Flughafen Besucherpark um 15 Uhr. ALXAE 25 nach Prag über Landshut Hauptbahnhof um 15.08 Uhr von Gleis 4 am gleichen Bahnsteig. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Nächste Station. Freising. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr und zur S-Bahn-Linie S1. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die aus- oder umsteigen und würden uns freuen, sie bald wieder an Bord unserer Züge begrüßen zu dürfen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Change here for the S-Bahn. Change here for Bus 635 to Munich Airport. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt. Nächster Stop. Wien Hauptbahnhof S-Bahn U1. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap. Dieser Zug endet hier. Auf Wiedersehen. Nächster Halt. Markt Schwaben. Umsteigemöglichkeit zur S2 in Richtung Erding. Letzter Halt im Münchner Verkehrsverbund. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächster Halt. Weißelhofen. Umsteigen in Richtung Soll. Liebe Fahrgäste, mit Mauerweiten endet unser Zug an der nächsten Station. Wir haben dort einen Schienenersatzverkehr für Sie eingerichtet. Achten Sie bitte auf die Beschilderung. Vielen Dank. Verehrte Fahrgäste, unsere S-Bahn ist hier dort. Bitte alle aussteigen. Bis dahin. Bis dahin. Wir müssen die Bespiele aircraft sein. Bähungen aufssteigen. Auf Wiedersehen. Station, please use the replacement transport service and look out for the signs. Thank you very much. This train terminates here. All change please. Thank you for using the Munich S-Bahn. Bitte links aussteigen. Please exit the train on the left. RE3 nach Landshut Hauptbahnhof. Nächste Station, Moosburg. Nächste Station, Moosburg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Next Stop, Brien am Chiemsee. Nächster Halt, Next Stop, Bad Endorf. Nächster Halt, Rosenheim. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen in Richtung München, Salzburg, Hufstein und Holzkirchen sowie zum Fernverkehr. Unsere Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächster Halt, Hackerbrücke. Liebe Fahrgäste, bitte lassen Sie Kulienballons in Ihrem natürlichen Gebiet auf der Wiesen. Und nehmen Sie diese nicht mit in den Bahnhof oder in die S-Bahn. Der Kulienballon ist kein Freund der Oberleitung. Die beiden zusammen vertragen sich nicht. Es entstehen große Schäden an der Infrastruktur und für Sie ist die Lebensgefahr. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Nächster Halt, Hackerbrücke. Bitterlingsteil. Please exit the train on the left. Liebe Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Landshut Hauptbahnhof, heute auf Gleis 8. Die Ankunftszeit ist heute voraussichtlich 15.03 Uhr. Unsere Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. In Landshut Hauptbahnhof haben Sie folgende Anschlüsse. RE3 nach Passau Hauptbahnhof über Gladling um 15.16 Uhr von Gleis 5. ALX AE25 nach Prag über Regensburg Hauptbahnhof um 15.29 Uhr von Gleis 5. RB44 nach Rosenheim über Mühldorf um 15.36 Uhr von Gleis 1. BUS e.V. nach Freising über Moosburg um 15.38 Uhr. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Nächste Station, Landshut Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste bitte alle aussteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt. X-Stop Rosenheim. Nächster Halt Rosenheim Hochschule. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächster Halt Haimaranplatz. Umstieg zu Ruh 4 und Ruh 5. Liebe Fahrgäste, bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Höhenunterschied zwischen Fahrzeug- und Bahnsteigkante. Vielen Dank. Next stop, Heimerbahnplatz. Change here for the U4 and U5. Please mind the gap between the train and the platform. Thank you. Bitte rechts aussteigen. Please exit the train on the right. Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen im Zug von Baby Regio Bayern. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station, Mosach. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Next stop, Salzburg-Taxam-Europark. Umsteigmöglichkeit zum Stadtverkehr. Nächster Halt, Next stop, Salzburg-Eichel. Umsteigmöglichkeit zum Stadt- und Regionalverkehr. Nächster Halt, Rama Berg. Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte beim Triebfahrzeugführer melden. Nächster Halt, Mitter-Sendling. Liebe Fahrgäste, bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Höhenunterschied zwischen Fahrzeug und Bahnsteigkante. Vielen Dank. Next stop, Mitter-Sendling. Please mind the gap between the train and the platform. Thank you. Bitte links aussteigen. Please exit the train on the left. Nächste Station, München-Feld-Mohing. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Next stop, Salzburg-Wöhl-Eichel. Umsteigmöglichkeit zum Stadtverkehr. Nächster Halt, Next stop, Salzburg-Rangstadt. Umsteigmöglichkeit zum Stadtverkehr. Nächster Halt, Next stop, Salzburg-Wöhl-Eichel. Umsteigemöglichkeit zur RB48 in Richtung Ibersberg und Grafing sowie zum Stadtbus. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Nächster Halt, Pasing. Umstieg zum Regional- und Fernverkehr. Diese S-Bahn fährt anschließend ohne Halt bis Puchheim. Next stop, Pasing. Change here for regional and long-distance services. This train continues non-stop to Puchheim. Nächste Station, Freising. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Langenbach. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Langenbach. Nächster Station, Langenbach. Nächster Station, Langenbach. Langenbach, Plattling. Dieser Zug endet hier. Fahrgäste, bitte eine Aufsteigung. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, bedanken uns für die Fahrt mit der Weitwahl und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Ihre Anschlüsse. Wie sehe ich nach Wien-Hauptbahnhof? 11 Uhr 9.15 Uhr, Gleis 3. Heute etwa 25.00 Uhr später. Wie sehe ich nach Dortmund-Hauptbahnhof? 12 Uhr 1, Gleis 3. Wer geht nach München-Hauptbahnhof? 12 Uhr 2, Gleis 2. Heute etwa 5 Minuten später. R.I. nach Passau-Hauptbahnhof. 12 Uhr 4, Gleis 1. Heute etwa 4 Minuten später. Weitwahl nach Bayerisch Eisenstadt. 12 Uhr 6, Gleis 5. A.G. nach Ingolstadt-Nord. 12 Uhr 8, Gleis 8. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W Vielen Dank.